Die neuen Sportkopfhörer von Bose SoundSport3. Es geht jetzt aber nicht um den grossen Review und alle Töne, die wahnsinnig werden auf Höhen, Tiefe und Pässe und in der Mitte. Sorry, das ist nicht für euch. Das sind Sportkopfhörer. Also jetzt sind Sportler und Sportlerinnen unter sich, hoffentlich. Um was geht es bei Sportkopfhörern? Es geht darum, dass sie sitzen. Und das machen sie. Ein, drehen, fertig. Aber du bist ja ein grosser Bub und ein grosses Mädchen, du kannst die Kopfhörer selber anziehen. Sie sitzen, sie sind schweissresistent, sie sind auch bis zu einem gewissen Grad wasserresistent. Klar, tauchen kannst du nicht mit ihnen, aber sie halten. Du kannst joggen mit ihnen, du kannst auf das Laufbahn, du kannst im Fitnessstudio, du kannst trailrunnen, du kannst sie von mir aus auf das SUP nehmen, einfach nicht ins Wasser gehen. Perfekt, für mich perfekt. Seit fünf Jahren jogge ich durch die Gegend und habe schon viele Kopfhörer in und um den Ohren gehabt und diese sind einfach die Besten. Genau.